Ich bin der Roman, ich bin der Wanderführer vom Hotel Europa. Ich darf hier die Gäste begleiten in unserem wunderschönen Gebiet da, sei es Seiseralm, sei es Schlern, sei es Lang und Platt Kofel. Ich begleite die Gäste meistens vom Hotel aus direkt zu Fuß. Zuerst auf die Seiseralm, man kann mit der Umlaufbahn zur Seiseralm fahren, man kann dort gemütliche Wanderungen machen und dann kann man sie auch ein bisschen deftiger machen, hinauf ins Albine, hoch zum Schlernhaus, über den Touristensteig oder über den Gamssteig. Man kann auch die Lang und Platt Kofel um Rundum machen, das ist auch eine 6-7 Stunden Tour. Meine Lieblingstour hier im Schlerngebiet ist eigentlich vom Hotel aus zu starten, den Geologensteig hoch und dann über das wunderschöne Gamsband hoch zum Schlernhaus. Dann über den Felsrücken rüber zum Tiersalpel und über die Rostzahn-Scharte zurück. Eine wunderschöne aber deftige Tour mit 6-7 Stunden Gehzeit.